Hallo, heute zeigen wir euch, wie wir unser AKG-Funksystem scheißdrecken. Boah, da ist natürlich an erster Stelle das Mikrofon, das für den Handgebrauch, ach, irgendwie benutzt, gebraucht wird. Da muss ich jetzt wieder was zwischenschneiden, so eine Scheiße. Au, hua. Möchten Sie in Sprechpausen das Mikrofon stumm schalten, aber nicht ganz ausschalten, um zu... Nee, fuck. Möchten Sie in Mikrofonpausen das... Um das Mikrofon während Sprechpausen stumm zu schalten, nutzen Sie... Nein, fuck. Möchten Sie das Mikrofon in Sprechpausen stumm schalten, so stellen Sie den Schalter auf Mittelposition. So ist das Mikro direkt wieder... Ach, fuck. Neue und frische Batterien liegen jeder... Fuck. Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Veranstaltung. Bis zum nächsten Mal. Tschöö. Tschööö. Tschööö.